Im Prozess um die islamistischen Anschläge von Brüssel 2016 sind mehrere der zehn Angeklagten schuldig gesprochen worden. Zu ihnen gehört auch Salah Abd Islam, der in Frankreich bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen der Anschläge in Paris 2015 verbüßt. Sechs Angeklagte wurden des terroristischen Mordes und des versuchten Mordes für schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte wurden wegen weniger schwerwiegender Vergehen verurteilt. Zwei Männer wurden freigesprochen. Über das Strafmaß soll ab September entschieden werden. Bei den Terroranschlägen vom 22. März 2016 am Flughafen und in einer Metrostation in Brüssel waren 32 Menschen gestorben, 340 wurden verletzt. Drei weitere Menschen starben infolge der Anschläge. Vor den Anschlägen in Brüssel hatten Extremisten bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden wohl von derselben Terrorzelle begangen. Sowohl die Pariser als auch die Brüsseler Anschläge beanspruchte die Terrorgruppe Islamischer Staat für sich. An dem bisher größten Strafverfahren der belgischen Geschichte nahmen mehr als tausend Nebenkläger teil, darunter zahlreiche Hinterbliebene. Das öffentliche Interesse an dem Prozess war groß. Das öffentliche Interesse an demىfennen Untertitel und because of die Dr. Landガeim Raal. Bis zum nächsten Mal. Dass man diese rotationslegt in den Freiwilligen Raise line beiwohlt. Das principalesjustują. Damit ist nichts mehr groß.